Wir sind in der ersten Etage angekommen, einmal hinter euch ist das Midpoint Irish Pub, wenn man reinkommt, ist man in Irland, rausguckt, ist man in der türkischen Ägäis. Innen werden aber alle getränke Exklusiv, da haben wir auch irische Biere, irischen Whisky, Rames & Whisky und vieles mehr. Dann hinter euch, auf der anderen Seite ist unser typischer Jubiläer, der hat sehr schöne Eisenstücke aus Istanbul, was ja am liebsten ist, das Zauberin von Gold ist ja bei Bayern. Dann nächstes Leben ist unser Photoshop, da sind die ganzen Fotos, die jeden Tag gemacht werden von unseren Männern.